In diesem Video zeigen wir, worum es sich beim Felder-Modell handelt und wie es funktioniert. In der deutschen Sprache können die Wörter in einem Satz nicht beliebig angeordnet werden. Die Gesetzmäßigkeiten, die bei der Stellung der Wörter im Satz zur Anwendung kommen, können im Felder-Modell erfasst werden. Das Modell besteht aus einem Vorfeld, einer rechten und einer linken Satzklammer, einem Mittelfeld und einem Nachfeld. Welche Wörter und Wortgruppen dürfen nun aber an welcher Stelle stehen? Vorfeld Je nach Satzform steht hier maximal ein Satzglied oder keines. Linke Satzklammer Hier steht eine Wortform, finites Verb oder Subjunktion oder keine. Mittelfeld Hier stehen beliebig viele Satzglieder. Es gibt Präferenzen in der Abfolge. Es stehen hier keine Gliedsätze. Rechte Satzklammer Hier stehen je nach Satzform eine oder mehrere Verbformen, Verben, Verbbestandteile. Nachfeld Hier stehen beliebig viele Satzglieder, oft Nebensätze, Adverbiale, Ausklammerungen. Wie die Bestimmung funktioniert, sehen wir an folgendem Beispiel. Das Haus wurde aus einem Holz gebaut, das sehr selten vorkommt. Zuerst suchen wir uns unser Verb im Hauptsatz mit allen Bestandteilen. Wurde gebaut Der finite Teil wurde bildet unsere linke Satzklammer. Der Zusatz gebaut unsere rechte. Das Haus befindet sich vor dem finiten Verb wurde und steht somit im Vorfeld. Aus einem Holz bildet unser Mittelfeld, denn es steht zwischen den beiden Verbformen. Schließlich bleibt unser Nebensatz übrig. Dieser bildet das Nachfeld. Unseren Nebensatz können wir dann auch wieder in seine Felder aufteilen. Wir befinden uns also im Nachfeld des Hauptsatzes. Im Nebensatz steht das Verb an letzter Stelle. Es besetzt also hier die rechte Satzklammer. Die linke Satzklammer bleibt unbesetzt. Unser Pronomen das steht im Nebensatz standardmäßig im Vorfeld. Aber Achtung! Haben wir einen Nebensatz mit Subjunktion, steht diese in der linken Satzklammer. Die Theorie geht davon aus, dass Subjunktionen, die ja keine Satzglieder darstellen, das Verb an das Ende des Satzes drängen. Somit besetzen sie die linke Satzklammer und stellen eine absolute Ausnahme dar. Der Rest unseres Satzes steht im Mittelfeld. Das Nachfeld ist hier nicht besetzt. Das Nachfeld ist hier nicht besetzt.